Hallo, hier bin ich wieder und heute präsentiere ich euch einen Lego-Mock, wie ich es noch nie zuvor gemacht habe. Und zwar ist das hier mein selbstgebauter Lego-Humanoide im Steampunk-Stil. In der Steampunk-Style sagt ja aus, dass irgendwelche Gegenstände, auch modernere Gegenstände, so nachgebaut werden, dass sie extrem retro aussehen. Das heißt, es werden viel hölzerne Teile verwendet oder auch viele Zahnräder. Und genau das habe ich hier letztes Endes auch gemacht. Geht man hier auch mal genau ins Detail, kann man auch sehen, welche Teile ich so verwendet habe. Hier mal zum Beispiel an den Füßen diese Fässer und für die Beine an sich diese Schatztruhen. Hier oben am Bauch habe ich eines dieser größeren Fässer verwendet und für die Brust ein Steuerrad. In den Seiten gibt es auch noch ein paar Wagenräder, hier diese zwei zum Beispiel. Und für die Arme habe ich wieder größtenteils diese Fässer verwendet, wie ich sie auch schon für die Füße verwendet habe. An den Schultern gibt es wieder einiges an Zahnrädern, hier kann man das mal genauer sehen, hier. Und für den Kopf, da habe ich auch versucht, mich an diesem Stil zu halten. Man kann zumindest mal erkennen, dass es sich überhaupt an einem Gesicht handelt. Hier noch kurz an den Händen. Das sind übrigens Pleu-Stangen von einem Lego-Motor. Und auf der Rückseite kann man nochmal erkennen, dass ich hier größtenteils diese Holztüren verwendet habe. Hier auch wieder Zahnräder. Und in der Mitte gibt es diesen Kamin, aus dem gerade eine kleine Dampfwolke rauskommt. Und das war es dann auch schon wieder zu diesem Lego-Modell von mir. Es hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, mal wieder was komplett anderes zu bauen. Ich hoffe natürlich, euch hat es wieder auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben oder vielleicht sogar abonnieren. Und dann hoffe ich wie immer, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.